einen wunderschönen guten tag allerseits mein name ist oliver gasner und es gibt ausnahmsweise heute mal wieder ein video zum thema literatur und darum bin ich auch ausnahmsweise mal solo hier unterwegs ich gebe euch mal kurz den bildschirm frei und zwar diesen hier und ich habe dieses schöne buch ausgelesen fanatic von das muss ich hier mal auch ausblenden von norm ward der norm ward war bis zum jahr 2000 wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe und seit dem jahr ich glaube sogar 1960 oder 1964 dozent an am st olaf college in northfield minnesota da habe ich mal ein semester studiert und habe den norm ward auch kennengelernt der hat uns auch zu einem baseball spiel geschleppt hätte ich jetzt beinahe gesagt uns deutsche und lustigerweise ist das auch was was hier in dem buch vorkommt das buch geht aber nicht um baseball sondern es geht um dürer und um lessing und um mittelhoch deutsche verse um neidhart um walter von der vogelweide um ein verlorenes bild von dürer beziehungsweise ein dürer druck der verschwunden ist und dem der held colin ritter ritter von diesem roman entlang eines rätsels wieder bekommt lustigerweise habe ich jetzt entdeckt auf moin moin punkt us das ist eine webseite hier von joachim jogi redmann da ist lustigerweise in wie man schon raten kann das wollte ich beinahe sagen mecklen wird vorkpommern natürlich in schleswig holstein geboren und unterrichtet eben auch seit seit den hat also auch unterrichtet an dem anderen college in northfield also offenbar haben sich die beiden auch gekannt und ich vermute mal dass er deutsch unterrichtet und hat hier eine webseite zum thema schleswig holstein aber eben auf auf englisch und in diesem verlag ist das buch aus aus auch raus gekommen dass und auf der webseite findet sich das komplette buch hier als pdf wie hier sehen könnt ich hoffe ich habe das jetzt richtig geteilt ja sollte eigentlich so sein also da findet sich das komplette buch hier als pdf und da kann man also diese ganzen schönen bilder sehen und während manche der bilder im buch ich blätter mal vor im buch schwarz weiß sind sind dieselben bilder im pdf natürlich farbig sofern sie eben im original auch farbig sind mal gucken wann ich die stelle hier finde wo dann hier die farbbilder kommen so ja die die wesentliche geschichte ist schon erzählt der ein dozent kommt bei einem college in kentucky allerdings an nicht in minnesota wie wie hier sieht man die farbbilder sofern ihr das video schaut hier wenn ihr nur den podcast wird müsst ihr mal auf 9 9 9 9 minus 9 punkt us gehen und euch dann zu dem buch fanatic durchklicken könnt ihr das pdf anschauen da findet ihr also die original originale dürer also in anführungszeichen originale dürer grafiken ja also worum geht es in dem buch in dem buch werden eigentlich zwei geschichten parallel erzählt nämlich einmal oder eigentlich sogar drei eine geschichte von von dem colin ritter der da in diesem college ankommt und es gibt eben einen einen gründer des colleges der wenn ich mich sogar recht entsinne im jahr 1900 gestorben ist und der eine eine ein vermächtnis hinterlassen hat dass man wenn man ein rätsel löst einen wertvollen gegenstand finden kann und und er hat da in seinem testament und in seinem tagebuch und an anderen stellen hat er da hinweise hinterlassen und bisher ist es niemand gelungen dieses rätsel zu lösen aber weil der colin ritter gerade parallel auch was ein aufsatz über lessing schreibt und so in diesem in diesem aufklärerisch analytischen modus ist gelingt es ihm eben den den hinweisen zu folgen und das ist also die eine geschichte die da erzählt wird gleichzeitig lernt er eben eine studentin näher kennen es gibt da auch ein das kann man von anfang an eigentlich erkennen ein ein kurzen romant ein kurzes romantisches auflackern es gibt doch eine verflossene sozusagen von colin die er verloren hat weil er mit einer studentin was angefangen hat und die spielt dann auch noch eine rolle und und das ist also die eine geschichte die erzählt wird die andere geschichte die erzählt wird ist eben die von diesem luk baumgartner also lukas baumgartner der eben ich meine aus nürnberg kommt also eben aus der dürerstadt da ob es war nürnberg oder augsburg ich verwechsel die beiden immer auf jeden fall geht es also um diese stadt die ganzen gebäude heißen auch nach orten die um um diese stadt rum sind und es geht eben um die geschichte von diesem luk baumgartner der sowohl in der 1848 revolution involviert ist dann in die usa flieht und dort an einigen historischen also es ist so ein bisschen es wirkt so ein bisschen sage ich jetzt mal an der stelle schon wertend ein bisschen gezwungen dass er also in seiner biografie an diversen historischen ereignissen teilnimmt also auch einem einem dampfer der da irgendwie explodiert und so weiter und so fort von dem ich davon ausgehe dass es das auch wirklich gab also es gibt so ein paar historische dinge die da halt passieren und er wird zum erfolgreichen unternehmer und irgendwann in seinem leben entscheidet er dann zusammen mit seiner frau eben dieses college zu gründen nee 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 halt nee das entscheidet er nicht sondern seine frau stirbt recht jung und nach zehn jahren oder so nach einer gewissen zeit kommt er auf jeden fall auf die idee dass er dem der welt eben dieses dieses vermächtnis hinterlässten college zu gründen und so weiter und so fort es wird dann er hat er richtet dort ein dürer museum ein und es wird ein dürer dann geklaut und oder es verschwindet ein dürer muss vielleicht besser sagen und und so weiter und so fort also manche dinge kann man auch ahnen ich finde es liest sich alles sehr schön sehr schön kurze kapitel also es war mir gelungen an den meisten abenden ein bis zwei kapitel zu lesen dadurch kommt man einigermaßen fix durch stellenweise hat der text so das gefühl von einem escape game dem man zuschaut oder einem einem text adventure oder oder so ja also er kommt immer von einem schritt zum nächsten und dann muss er wieder zu dem anwalt und muss den anwalt was fragen und dann erzählt ihm der anwalt was und dann sagt ihm der anwalt geht dahin und dann geht er dorthin und redet mit dem und der sagt ihm wieder was und so weiter und so fort also es ist so ein bisschen es ist manchmal so ein bisschen es hat manchmal so ein bisschen das feeling von und dann und dann und dann aber wie gesagt es liest sich sehr schön man hat so ein bisschen noch einen kleinen kurs in in mittelalterlicher ikonographie man kriegt vielleicht ein paar anregungen was man mal an mittelalterlichen texten lesen könnte den eric oder so und hat ein paar schöne zitate aus diversen aus diversen texten und so weiter also das ist also wenn man jetzt mit literaturen mit kunst gar nichts anfangen kann könnte es sein dass einem das nicht so mitreißt aber so für den germanisten oder kunstwissenschaftler mit leichtem hang zum zum voraufklärerischen der wird da wird viel spaß haben also sozusagen die die aufklärung klärt die das mittelalter auf wenn man so will an der stelle alles ganz alles ganz schön gemacht ich denke man kann es auch irgendwie bestellen das habe ich jetzt aber hier auf der webseite gar nicht gefunden aber wenn ihr wenn ihr wahrscheinlich den den joachim redmann von moin minus moin punkt us anschreibt dann kann er euch da sicher helfen und also ich wie gesagt für wen ich das buch empfehle ist glaube ich schon transparent geworden also germanisten anglisten leute mit hang zum mittelalter leute mit hang zur kunstgeschichte leute mit hang zu escape games und rätseln und so weiter die werden da die werden da ihren spaß haben das ende ist dann so dass man fast den eindruck haben könnte dass da noch ein zweites buch folgt es wurde wird auch erwähnt dass das buch in übersetzung ins deutsche ist ich habe aber spontan nichts finden können also vielleicht wenn sich ein verleger findet dann wird es das buch vielleicht mittelfristig auch auf deutsch geben ja so viel dazu also fanatic von norman watt bei moin minus moin punkt us zu finden okay bis denn liebe leute lebt lange und in frieden möge der saft mit euch sein bye bye